Hallo liebe MuiPiloten, es ist Sonntag, ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Der Planet der Affen Rewatch Marathon geht weiter. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Ja, Mann, was war das für eine Reise, oder? Wilde Filme, wilde Filme. Und heute sprechen wir über den ersten Film von Matt Reeves, aka dem zweiten Film der neuen Prequel-slash-Reboot-Trilogie. Dawn of the Planet of the Apes. Oder wie heißt der im Deutschen? Heißt der Revolution? Ich glaube, er heißt Revolution. Ich bleib bei Dawn of the Planet of the Apes. Und deswegen hau ich auch schon direkt die üblichen Disclaimer raus. Ja, hier kann es zu spoilern kommen, was die komplette Planet der Affen Reihe angeht. Bitte, bitte, bitte seid dessen bewusst. Und alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Ich glaube, damit wurden alle Disclaimer disclaimed. Legen wir los. Okay, letzte Woche war es soweit. Ich habe über eins meiner Lieblings-Prequels aller Zeiten gesprochen. Ehrlich gesagt, ich habe eigentlich nur abgenerdet die ganze Zeit. Wie toll ich den Film finde. Und ich liebe es ja, danach die Kommentare zu lesen. Und ich habe so viele von euch gesehen, die auch so ein Herz für diese Reihe haben wie ich, dass ich gesagt habe, oh, ich bin nicht allein. Und Yves kann auch etwas anderes, außer zu meckern. Das will ich nur mal festhalten. Yves macht sehr viele positive Reviews. Das wird nur gerne übersehen, weil sehr viele von euch nur drauf stehen, mich meckern zu hören. Aber ich meckere nie, um zu meckern. Okay, das möchte ich nur sagen. Ich meckere nie, einfach nur, damit ich meckern kann. Nein, ich meckere, wenn es meckerwürdig ist. Ratet mal, was ich heute nicht tue. Meckern. Denn heute spreche ich über Dawn of the Planet of the Apes. Und auch diesen Film. Liebe, liebe, liebe ich. Ich weiß, jetzt schon stehe ich vor einer Mammutaufgabe. Denn wenn dieser Rewatch vorbei ist, werde ich alle Planet-der-Affen-Filme ranken. Und gerade bei den letzten dreien ist das echt schwer für mich. Es ist wirklich schwer zu sagen, welche ich da am meisten mag, welche ich da am wenigsten mag, weil ich sie alle so sehr liebe. Ich habe es schon mehrfach gesagt im letzten Video, das ist für mich eine der besten Trilogien aller Zeiten. Ja, aller Zeiten. Und als damals der Trailer rauskam für Dawn of the Planet of the Apes, war es wieder sehr spannend. Ich habe euch ja erzählt, so meine Geschichte mit dem ersten Teil. Ich wusste nicht, wann der nächste Film stattfinden wird. Ob wir den überhaupt kriegen werden. Und dann haben wir damals so einen Teaser bekommen, da sieht man Caesar mit Kriegsbemalung, seine Schimpansen im Wald. Und ich, ist das jetzt ein Krieg? Geht es jetzt los? Wird jetzt die Erde erobert von den Affen? Keine Ahnung. Ich hatte absolut keine Ahnung. Und das fand ich immer das Spannende an diesen Filmen in der neuen Trilogie. Man weiß nie, wann die zeitlich spielen. Wie viele Jahre sind vergangen? Was hat sich alles getan auf der Welt und so weiter und so fort? Dann kam der erste richtige Trailer und erneut hat mich voll auf die falsche Fährte gelockt. Weil der Trailer suggeriert mir, Caesar will Frieden, aber Gary Oldman ist ein Arsch. Und deswegen müssen Menschen gegen Affen kämpfen. Und das ist der Krieg um den Planeten. Nicht wirklich der Film. Nicht wirklich. Und häufig hasse ich sowas. Ich hasse es, wenn Trailer einen auf eine falsche Fährte locken. Aber manchmal finde ich es auch gut, wenn die Überraschungen, die ich dann tatsächlich im Film kriege, besser sind, als das, was mir der Trailer suggeriert. Ein Beispiel. Wenn man sich den Trailer anguckt zu Drive mit Ryan Gosling, denkt man, man kriegt eine geerdete Version von The Fast and the Furious. Das ist nicht der Fall. Wer Drive gesehen hat, weiß, es ist ein Slow Burn. Es ist ein super Film, aber ich würde den nicht kategorisieren als Actionfilm. Absolut nicht. Es gibt ein paar Actionsequenzen, aber es ist kein Actionfilm. Und ähnlich war das hier bei Dawn of the Planet of the Apes. Uns wurde ein Action Spektakel versprochen. Obwohl innerhalb dieser Trilogie ist das auch wahrscheinlich der Actionlastigste. Trotzdem würde ich ihn nicht als Actionfilm beschreiben. Und deswegen erneut Respekt, dass ihr mich auf eine falsche Fährte gelockt habt. Nur um ihr dann etwas noch Besseres zu geben, als das, was ich erwartet habe. Der Film fängt an und direkt muss ich sagen, Matt Reeves hat sehr viel Respekt vor Rupert Wyatts ersten Film. Er nimmt wirklich alles, was da funktioniert hat und baut es noch weiter aus für seine Filme. Und ich habe ihn ja auch schon mal interviewt für War for the Planet of the Apes, den dritten Teil. Und da hat er mir damals verraten, eine Sache, die ihm sau wichtig war, als er dieses Erbe angetreten ist, war folgendes. Er möchte diese Filme noch mehr Affen fokussiert machen, weil bei Rise of the Planet of the Apes wurde ja Caesar erst so richtig zur Hauptfigur. Ab dem zweiten Akt oder ab der zweiten Hälfte des Films, davor war es noch ein ganz klarer James-Franco-Film und er meinte, die Affen sind Front and Center bei mir. Und das macht er. Und das macht er wie ein Meister in diesem Film. Wir fangen tatsächlich an und wir wissen ja, wenn wir sitzen geblieben sind am Ende des ersten Teils, dass dieses Medikament ALZ-113, das ist ja eine Bedrohung für die Menschheit gewesen. Ich meine, es war tödlich. Franklin ist im letzten Teil gestorben und jetzt sehen wir, dieses Virus hat sich ausgebreitet. Und die Menschen, die sterben massenhaft. Und das wird uns in so einem Prolog gezeigt. Da wird nur erwähnt, dass die Affen, die damals sich diese Straßenschlacht geliefert haben mit den Polizisten, die haben sich zurückgezogen in den Wäldern. Und das ist es. Ansonsten sehen wir eine Krise. Und das ist das Besondere an dem Film. Es ist Zeit vergangen. Wenn ich mich nicht komplett irre, waren es vier Jahre, wo die Menschen so richtig mit dem Virus zu kämpfen hatten. Vier Jahre, in denen es dann Kriege gab um Ressourcen. Und zwei Jahre, seitdem man nichts mehr von den Menschen gehört hat. Also das ergibt nach Adam Riese zehn Jahre. Ja, also viele Leute sagen immer acht Jahre. Aber ich so, nee, die erwähnen nochmal zwei Jahre. Also vier plus vier plus zwei sind acht plus zwei, sind zehn. Yves kann Mathe. Das kann er auch. Das kann der Typ eigentlich nicht, oder? Und dann geht es so richtig los. Weil die Eröffnungsszene ist Wahnsinn. Wir haben einfach nur ein Close-Up von Caesars Augen, Kriegsbemalung, Regen, so richtig The Matrix Revolution style. Und ich sage es, wie es ist. Allein dieser Eröffnungsschart. Wir sehen, dass diese Technologie, diese Motion-Capture-Performance noch besser geworden ist. Wir sind so nah dran an diesem Hafengesicht. Und es sieht einfach verflucht gut aus. Man erkennt Haarfollikel. Man erkennt Falten in der Haut. Man erkennt diese extrem expressiven Augen. Das heißt, es ist hier eine richtige Performance von Andy Serkis. Ich sehe es so, als hätte er ein Kostüm an. Er hat ein CGI-Kostüm an. Aber es ist Andy Serkis und es ist eine richtige Performance. Und erneut. Ich liebe es ja generell, wenn Filmer einen einfach irgendwie reinschmeißen und sagen, let's go mit der Handlung. Und man sich erstmal fragt, wo sind wir genau? Was machen wir genau? Und wir sehen einfach nur, dass die Affen sich für irgendwas bereit machen. Wir sehen, dass Caesar mittlerweile einen Sohn hat. Und der ist älter. Das macht ja Sinn. Zehn Jahre sind vergangen. Und sein Sohn ist wie so ein Teenager. Der heißt Blue Eyes. Coole Referenz. Seine Mama hieß Bright Eyes, obwohl Caesar das hier nie wirklich wusste. Vielleicht hat er es ja irgendwie herausgefunden. Immerhin ist er ja in dieses Labor eingedrungen. Keine Ahnung. Aber sein Sohn heißt Blue Eyes. Und wir sehen, das sind Affen, die jetzt Jagd machen auf Tiere. Ja, weil die haben ihre ganz eigene Kultur entwickelt. Komplett mit Kriegsbemalung. Und die jagen jetzt Elche und so weiter. Und was ich an dieser kompletten Eröffnungsszene liebe, ich glaube, das sind so circa 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten. Wir haben nur die Affen. Wir haben keinen richtigen Dialog hier und da. Ein bisschen Zeichensprache. Aber wir verstehen so viel über deren Interaktion, über deren Kultur, über die unterschiedlichen Figuren und wie die zueinander stehen. Nonverbales Storytelling. Und man ist hooked. Man ist hooked. Und viele Filme, heutzutage gerade im Blockbuster-Kino, machen das nicht so gut. Viele Filme sagen, hey, du bist doch die Schwester von dem und dem. Und das ist doch sein Nachbar, oder? Und bist du nicht der Onkel, der es letztens vorbeigeschneit hat oder so weiter? Ich so, brauche ich alles nicht. Hier verstehen wir so viel mehr und haben noch so einen emotionalen Zugang zu diesen Affen, dass ich jedes Mal einfach nur hin und weg bin. Und ja, da gibt es eine Jagd. Und dann wird tatsächlich Cisas Sohn, der ist ein bisschen hitzköpfig, und der hört nicht immer auf seinen Vater, wird angegriffen von einem Bären. Und Cisa stellt sich dazwischen. Und zack, er ruft um Hilfe. Dann kommt Koba. Und Koba ist ja der Affe, den wir im letzten Film nur kurz kennengelernt haben. Dieser extrem entstellte, mit den Narben, an dem herumexperimentiert wurde. Und er rettet Cisa und seinem Sohn das Leben. Und die beiden lächeln sich kurz an. Und wir verstehen genau die Dynamik. Also ist Koba im Grunde genommen der Onkel für Cisas Sohn. Das ist wie so eine Familie. Und die beiden lieben sich wie Brüder. Und dann kommen sie nach Hause. Und wir sehen, die haben so ihr richtiges Königreich errichtet. Das ist so ein bisschen wie eine sehr down-to-earth-Version vom Königreich von King Louis aus Das Dschungelbuch. Weil da gibt es Baumhäuser und so weiter. Da gibt es eine Schule. Maurice zum Beispiel. Man muss gar nichts über ihn sagen. Aber Maurice ist ein Lehrer. Und er schreibt an die Tafel, Apes do not kill apes. Und ich, ah, cool. Das ist ein Callback aus dem alten Film. Und wir sehen, dass Cisa mittlerweile, also nicht nur ist er Papa, er hat auch eine Frau. Und sie ist erneut schwanger mit einem zweiten Kind. Das ist total süß. Das kommt gerade zur Welt. Und Cisa scheint es endlich gut zu gehen. Und wir gönnen ihm das so. Er hat das erreicht, was er erreichen wollte. Und das ist auch der Pay-Off für das Ende des letzten Films. Weil am Ende des letzten Films durfte er endlich mal auf den Baum klettern. Und war endlich frei. Und jetzt sehen wir, er hat auch was draus gemacht. Er hat seine Affen. Er hat denen beigebracht, sich zu benehmen. Jetzt hat er seine Familie, seine eigene Kultur. Und Maurice und er, die haben immer noch ihre ruhigen Gespräche. Früher noch hinter Gittern. Jetzt wie auf so einem Berg. Und das ist wundervoll. Und trotzdem kann Cisa die Menschen nicht wirklich loslassen. Ich meine, er ist bei ihnen groß geworden. Und er fragt auch, Maurice, glaubst du, sie sind auch irgendwo da draußen? Der, pfff. Wir haben die jetzt schon zwei Winter lang nicht gesehen. Also, keine Ahnung. Ich glaub, es gibt keine mehr. Aber dann gibt's natürlich doch welche. Eine Gruppe von Menschen, die stoßen tatsächlich auf Caesars Sohn und den Sohn von Rocket. Denn Rocket ist auch Teil des Films. Die bringen diese Affen zurück aus Teil 1. Das find ich ziemlich cool, dass diese einzelnen Charaktere, die unterschiedlichen Affen, auch unterschiedliche Entwicklungen haben. Rocket, der war ja so ein Rivale von Caesar. Er ist jetzt einer seiner besten Freunde und einer seiner treuesten Follower. Und das find ich wundervoll. Und da ist dieses, dieser eine Typ, der immer Arschlöcher spielt fast. Der hat einen Arschloch gespielt bei The Walking Dead. Da hat er für den Governor gearbeitet. Dann hat er bei Fringe mitgespielt. Fairness selber, da war er kein Arsch. Aber hier ist er wieder ein Arsch. Und er schießt direkt auf Rocket's Sohn. Und zack, Caesar ist direkt da. Militärformation. Affen links und rechts. Und da führen wir auch unseren menschlichen Hauptcharakter ein. Gespielt von Jason Clarke. Der spielt Malcolm. Ich meine, Terminator Genisys-Fan. Und die Fans dürften ihn kennen als John Connor. Aber egal, in dem Film ist er wirklich gut. Und das Tolle ist, wir wissen mittlerweile, Caesar kann reden. Ich meine, wir haben alle diese Szene mehrfach geguckt auf YouTube. No! Oder? Haben wir... Kann ich der Einzige sein. Auf jeden Fall, er schreit was anderes. Er schreit... Go! Und jedes Mal, wenn dieser Affe den Mund aufmacht, kriege ich Gänsehaut. Und die Menschen kacken sich gerade ein, weil die haben nur Gerüchte gehört. Die wissen, die Affen und was wollen die überhaupt von den Affen? Das weiß man bis dato auch nicht. Aber ja, Caesar schickt sie weg. Alle Affeninformationen. Koba an seiner Seite. Die Menschen hauen rein. Und Koba sagt auf Caesar direkt, wir müssen irgendwas machen. Die Menschen wissen jetzt, wo wir wohnen und so weiter. Weil Koba hasst Menschen nach dem, was sie ihm angetan haben. Und Caesar verspricht ihm, wir werden schon irgendwas machen. Das Tolle ist, wenn die da so alle ihr Council-Meeting haben und Rocket dabei ist und Koba dabei ist, sagt Koba, wir sollen angreifen. Rocket sagt, ich höre auf Caesar. Alle werden wild machen. Und Caesar muss nur so machen. Und dann ist Ruhe. Das ist Autorität. Er ist immer noch der Moses, der Affen. Finde ich großartig. Und dann sehen wir die Perspektive der Menschen. Wir haben nicht nur Jason Clarke. Wir haben tatsächlich Nightcrawler aus den X-Men-Prequels. Das ist sein Sohn. Und Carrie Russell ist seine Freundin. Ich glaube, es ist nicht seine Frau, aber es ist zumindest seine Lebensgefährtin. Und die reisen nach Hause in so eine letzte Bastion der Menschheit. Angeführt von Gary Oldman. Und der sagt ihnen, also wir erfahren dann, was die Menschen wirklich wollten. Und zwar, da gibt es so einen Staudamm. Da ist ein alter Generator. Den probieren die anzukriegen, damit sie noch irgendwie Elektrizität haben. Weil wir leben in einer Dystopie mittlerweile. Und das ist auch das Spannende. Weil wir haben uns so lange gefragt, okay, aber wie können denn die Affen den Planeten erben? Ich meine, die Menschen haben die krasseste Technologie. Stellt sich heraus, so viele sind gestorben. Das Virus hat die Menschheit komplett platt gemacht. Und die haben nicht mehr viel. Die haben auch nicht mehr viel Ressourcen. Die haben sich gegenseitig bekriegt. Deswegen, jetzt scheint es realistischer, dass der Planet bald den Affen gehören wird. Und Gary Oldman, ich dachte auch, das wird das Arschloch, das Film sein. Ist es gar nichts. Der wirkt sehr empathisch tatsächlich. Und Jason Clarks Charakter berichtet, was er gesehen hat. Das ist unglaublich. Dieser eine Affe, der hat geredet. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und Gary Oldman möchte nicht, dass er das den anderen Menschen sagt. Weil Panik probiert er zu vermeiden. Das heißt, es wirkt alles sehr pragmatisch, sehr vernünftig. Und es ist auch krass zu sehen, wie die Menschen in so einem halb verwucherten Jahrmarkt-Szenario leben. So ähnlich sieht es aus. Erinnert mich so ein bisschen, es gab so einen Jahrmarkt bei Fear the Walking Dead in Staffel 3. So ein bisschen sieht es aus tatsächlich. Nur mit wesentlich mehr Pflanzen und so weiter. Und während die sagen, okay, defensiv, defensiv, will Caesar ganz klar, er will zeigen, wer der Boss ist. Und dann reiten all seine Affen an mit Kriegsbemalung, stehen vor den Toren. Und Gary Oldman sagt, okay, du hast mir gesagt, es sind wesentlich mehr als das. Und auf einmal fängt Caesar an zu sprechen. Vor allem, Apes do not want war, but will fight if we must. Ape home, human home, don't come back. Groß, äh, Gänsehaut. Er hat nur ein paar Wörter gesprochen, aber ist krass. Erneut, Caesar will seine Affen beschützen, kostet es, was es wolle. Er will aber auch keinen Krieg zwingend mit den Menschen haben. Er hat keinen Beef mit denen, er will nur in Ruhe gelassen werden. Und das kann man verstehen. Und ja, die Message ist so ein bisschen angekommen bei den Menschen. Außer bei Jason Clarke, das ist halt der Good Guy. Der sagt, ja, ich glaube, ich kann irgendwie doch mit ihm verhandeln und so weiter und so fort. Aber parallel guckt sich Koba ein wenig oben bei den Menschen. Man merkt, Koba hat seine eigene Agenda. Er hat auch so zwei Affen, die ihm folgen. Er schaut sich an, was die Menschen alles für Waffen haben. Das ist so eine extrem lustige Szene, wo zwei so ein paar Schießübungen machen. Und er torkelt da so rum und tut so auf Zirkusaffe, bevor er wieder reinhaut. Und sagt, ich muss Caesar davon Bescheid sagen. Denn meine Güte, haben die Waffen, die könnten uns alle vernichten. Die könnten uns ausrotten. Malcolm hingegen geht zurück, traut sich wirklich wieder in die Höhle des Löwen. Oder in dem Fall Höhle des Affen. Wird direkt von diesen gigantischen Gorillas erwischt, die auch so toll aussehen. Ich meine, die sehen wirklich fucking bedrohlich aus. Wenn ich die sehen würde, Kackstift. Direkt Kackstift. Einscheißen. Und er wird vor Caesar gebracht. Die ganzen Affen wollen ihn umbringen. Und Caesar kommt wieder, macht den hier. Und es ist Ruhe. Und er sagt ihm, ich verstehe es, ich verstehe es. Ich will dir dann zu Hause nicht wegnehmen. Aber du könntest uns helfen. Und so weiter und so fort. Und Caesar hat halt ein Herz für Menschen. Sagt, okay, zeig mir, was du brauchst. Jetzt zeigt ihm diesen Damen. Und er, aha, aha. Okay. Ja, ihr habt ein paar Tage. Ich helfe euch mit eurer Arbeit. Und dann ist Ruhe. Und dann kommt ihr alle rein. Aber die Regel ist, die dürfen keine Waffen mitnehmen. Und Koba hingegen hat dann so einen Ausraster. Als Caesar ihm sagt, das ist Human Work, rastet Koba aus. Zeigt auf eine Wunde. Human. Work. Human. Work. Human. Work. Und ich so, uff. Koba ist auch eine Hammer-Performance. Hammer-Charakter. Und es ist nicht einfach Caesar mit mal einem Skinsuit drüber. Es ist ein anderer Schauspieler. Mit einer ganz anderen Performance, anderen Körperhaltung. Aber er hat gerade Caesar angegrölt. Und Caesar stellt sich so vor ihm hin. Und er geht natürlich wieder in die Knie. So, forgive me, Caesar. Das heißt, man nimmt Aspekte von Teil 1. Das heißt, man nimmt Aspekte von Teil 1. Dieses Verbeugen, diese Geste, die war wichtig in Teil 1. Und sie ist jetzt auch wichtig. Aber man merkt, oh, Koba, hat er das jetzt ernst gemeint oder nicht? Keine Ahnung. Er untersucht diese Menschen weiterhin, ohne dass Caesar davon Bescheid weiß. Dann kriegt man mit, dass dieses eine Arschloch von den Menschen tatsächlich doch eine Waffe mitgenommen hat. Und kurz davor ist Caesars kleinen Babyaffen damit zu bedrohen. Und Caesar, okay, ich habe gesagt, keine Waffen. Verpisst euch. Und die anderen Menschen sind so oft das Arschloch. Aber ihnen gelingt es Caesar trotzdem ein letztes Mal zu beschwichtigen. Erst recht, weil sie mitkriegen, Cisars Frau ist krank. Und die können ihr helfen mit Medizin. Das machen sie letztendlich auch. Und Caesar hilft ihnen dann eigentlich, damit es schneller geht. Doch Koba rastet komplett aus. Und stellt sich Caesar, sagt dann auch, Caesar love human more than ape, more than his sons. Und dann hat Caesar das erste Mal diesen Ausraster und prügelt sich mit einem anderen Affen. Ist kurz davor, Koba zu erwürgen. Und bis ihm dann klar wird, apes don't kill apes. Also lässt er es doch wieder sein. Und Koba fühlt sich geschlagen. Gleichzeitig der Sohn von Caesar hat mehr Empathie für Koba. Ich finde es auch witzig, dass er selber Narben hat. Und Koba auch gesagt hat, ja, Narben machen dich erst richtig zu einem Mann. Und so weiter und so fort. Dann gelingt es aber tatsächlich, den Menschen und den Affen diesen Generator hinzukriegen. Und wir denken, wir haben unser Happy End. Aber wir sehen parallel Koba schon wieder bei diesen Menschen. Und diesmal macht er erneut einen auf Zirkus-Trottel. Nur um, ja, nur um die auszutricksen. Er klaut ihnen in einem sehr cleveren Moment das Sturmgewehr und knallt beide ab. Und nimmt das Gewehr mit. Und dann kommt der Part, der mich komplett schockiert hat. Weil das haben uns die Trailer nicht so geredet. Wir dachten, ja, die Affen werden voller Rache sein. Aber wir dachten nicht, dass die Affen auch Arschlöcher sein können zu anderen Affen. Denn Koba ist das absolute Arschloch des Films. Er ist der Bad Guy, nicht Gary Oldman. Es ist ganz klar Koba. Weil während die Affen gerade so alles zelebrieren. Und, oh, Caesars Frau ist wieder gesund. Und guck mal, Family Reunion. Und die Menschen sind auch happy. The Lights. Haben die alles wieder. Ist eigentlich schön. Dann kommt Koba, sieht Caesar, schießt ihn nieder, zündet das gemeinsame Zuhause an. Und dann erzählt er allen, die Menschen haben auf Caesar geschossen. Sie haben unser Zuhause angezündet. Wir müssen sie jetzt fertig machen. Und dann wird einem auch klar. Ich habe in die Parallele gezogen zum ersten Teil. Der erste Teil ist im Grunde genommen die Geschichte von Moses. Ist es. Ich meine, das ist ein Affe, der ist groß geworden. Bei den Privilegierten wurde in die Sklaverei geschickt. Hat da gesehen, was aus seinem eigenen Volk wurde. Und hat die tatsächlich befreit. Dieser Plot ist Hamlet. Dieser Plot ist wirklich Hamlet. Das ist der böse Onkel. Der plant, den Thron für sich einzunehmen und den Vater auszuschalten. Und der kleine Affe hier, Blue Eyes, ist Hamlet. Und ich, wow. Shakespeare. Shakespeare mit Affen? Hab noch gar nichts zum Score gesagt. Michael Giacchino's Score in einem Wort. Episch. Einfach nur epische Musik. Kann man hoch und runter hören. Wird im dritten Teil tatsächlich noch besser. Aber das Thema der Affen? Großartig. Und ehrlich gesagt, als ich das gesehen hab, diese Szene im Kino, dachte ich, Caesar ist tot. Ich dachte, Caesar ist jetzt tot. Ist auch geil, dass Maurice, dieser Pazifist, ihm bleibt nichts übrig. Er guckt sich die Menschen an und sagt, run. Und die hauen rein. Und dann geht's los. Und das Koba packt tatsächlich eine Waffe in die Hand vom Sohn von Caesar, um die Menschen auszurotten. Das ist etwas, was Caesar niemals unterschreiben würde. Aber er hat jetzt die Affen auf seiner Seite, die greifen tatsächlich erst so eine Basis an, schnappen sich Pferde, schnappen sich Maschinengewehre. Und dann geht es so richtig los. Die wollen jetzt diese Menschen statt attackieren. Und das Krasse ist, man hat auch Mitleid mit den Menschen. Man sieht Gary Oldman, sein iPad geht wieder an. Und er sieht Familienfotos, weil seine Familie ist gestorben. Wenn er das sieht, anfängt zu heulen, wem tut das nicht leid. Doch dann kommt der Angriff. Und der ist auch so unfassbar stark inszeniert. Erstens, man sieht, dass Koba auf andere Affen scheißt. Also es ist jetzt sein Krieg und er schubst einen anderen Affen vom Pferd. Wenn die anfangen zu brennen, dann ist es ihm egal. Aber da gibt es diesen One-Take, wo er sogar in einen Panzer springt. Jemanden tot prügelt und du siehst ihn da oben dran, wie er dann einfach auf alles schießt. Und er fängt an, die Menschen jetzt in Käfige zu packen. Und die Affen müssen tun, was er ihnen sagt. Da gibt es diese fürchterliche Szene, wo er dann später möchte, dass der Sohn von Rocket einen Menschen erschlägt. Und er, das ist nicht das, was Caesar gewollt hat. Und er lächelt ihn an, schnappt ihn sich und wirft ihn in seinen Tod. Er hat gerade ein Affenkind umgebracht. Sagt, und jetzt folgt ihr mir und nicht mehr Caesar. Heftig. Und parallel finden dann Jason Clarke und Crew, die finden tatsächlich Caesar. Der hat es irgendwie überlebt, er ist schwer verwundet. Und die wissen nicht, wo sie ihn hinbringen sollen, um ihn zu verarzen. Und er sagt, ich weiß wohin. Und dann bringen sie ihn tatsächlich in sein altes Haus. In sein altes Haus, wo er groß geworden ist im ersten Teil. Bringen ihn auf eine Couch. Und nachdem er da so langsam wieder zu sich kommt, klettert er tatsächlich in den Dachboden und macht die Kamera an. Gut, dass die immer noch funktioniert, sehr unrealistisch. Aber er schaut dann die Aufnahmen von sich und Will und fängt an zu heulen. Und wenn Malcolm ihn fragt, wer ist er, sagt er, a good man like you. Wen trifft es nicht? Caesars Sohn kriegt mit, dass selbst die treuesten Freunde von Caesar, sowas wie der neue Gorilla, ich hab seinen Namen vergessen, ich hab Luca, Maurice und Rocket werden ebenfalls in Käfige gesperrt, weil die zu loyal zu Caesar sind. Also macht sich Blue Eyes eigentlich aus dem Staub, weil Malcolm ist gerade da, um Medizin zu holen für Caesar. Und die beiden gehen zurück. Und jetzt findet Blue Eyes heraus, was die Wahrheit ist. Und zwar, die Menschen haben nicht auf seinen Papa geschossen. Es war Cobra. Er fängt an zu heulen. Und dann sagt Caesar den einen Satz, der so wichtig ist. Er so, mir war nicht klar, wie sehr wir selber, wie die Menschen sind. Und das macht auch Sinn. Wenn die so clever werden, wie Menschen, dann haben sie nicht nur die tollen Eigenschaften, dann haben sie auch die Arschlocheigenschaften, Eifersucht und alles und so weiter und so fort. Und er sagt, ich bin aber noch zu schwach und so weiter. Dann sagt Blue Eyes, ich befreie deine Freunde. Und das Coole ist, er zeigt ihnen das Symbol. Das ist das Symbol, was früher mal das Fenster war, was Caesar auch so ein bisschen an seine Wand geschrieben hat, da im ersten Teil. Das ist das Symbol von Caesar. Und ihm gelingt es tatsächlich, Maurice, Rocket, Luca und so weiter zu befreien. Und zusammen kehren die jetzt zurück zu Caesar, um sich jetzt endgültig Cobra zu stellen. Und dann haben wir eine finale Konfrontation. Malcolm will zurück in die Stadt und die Menschen warnen und sagen, hey, solange Caesar gegen Cobra kämpft, können wir gewinnen, können wir Frieden haben und so weiter und so fort. Und Caesar ist zwar mal noch geschwächt und stellt sich Cobra. Und der Kampf zwischen den beiden ist heftig. Die schenken sich gar nichts. Caesar gelingt es, Cobra zu verletzen. Er prügelt ihm auch immer wieder in diese eine Schwachstelle. und sagt, du hast unsere Affen in den Krieg geführt, die Affen sind dir auch scheißegal und so weiter und so fort. Parallel probiert Merkel mit Gary Oldman zu sprechen. Er sagt, ja, wir haben schon das Militär angerufen, die Affen werden ausradiert. Und übrigens, hier haben wir C4, ich werde das alles in die Luft jagen. Und dann, nein, nein, er braucht mehr Zeit. Bedroht Gary Oldman mit einer Waffe. Und er, hast du komplett den Verstand verloren? Das sind Tiere. Und dann, nein, ich habe gesehen, wie die sind, die sind nicht alle gleich. Und Gary Oldman jagt sich selbst in die Luft. Er denkt, er wird die menschliche Spezies retten. Man versteht ihn sogar. Aber das sorgt dazu, dass gerade beim Endfight alles so ein bisschen in sich zusammenfällt. Man sieht, dass Cobra selbst danach immer noch ein Arsch ist, weil ein paar Affen sind eingeklemmt. Caesar möchte jeden einzelnen Affen befreien. Cobra guckt nur, wer von denen hat noch eine Waffe. Nehme ich mir. Okay, du bleibst weiterhin eingeklemmt. Und dann kommt der Punkt, wo es Caesar endgültig reicht, als er sieht, dass Cobra auch noch auf einen anderen Affen schießt. Er springt auf Cobra. Cobra hängt da wirklich. Das ist König der Löwen Parallele. Und König der Löwen basiert auch auf Hamlet. Alles ist Hamlet. Ist das nicht toll? Hamlet. Literatur und so. Naja, auf jeden Fall. Caesar geht zu auf Cobra. Hält ihn dann wirklich. Und hat da diesen Ska-Moment. Diesen Long live the King. Nur, dass es diesmal der Good Guy ist. Und Cobra probiert noch, mit ihm zu fahren. So, Apes don't kill Ape. Und er, you are not Ape. Und lässt ihn fallen in seinen Tod. Heftige Szene. Und danach verabschiedet er sich von Malcolm. Und es traurige ist, Malcolm probiert ihn zu wahren. Und sagt, hey, das Militär kommt. Und dann sagt Caesar auch, Apes started the war. Humans will not forgive. I'm sorry. Ja, man weiß, der Krieg ist jetzt nicht mehr zu vermeiden. Danke Cobra dafür. Und ja, die beiden verabschieden sich recht süß. Noch so mit Kopf an Kopf. Und dann hat man wirklich diesen Himmamaya, Himmamamaya. König der Löwen-Moment, wo die Affenfamilie nochmal zusammenkommt. Und wir haben ein Close-Up nochmal von Caesars unfassbar gut aussehendem Gesicht. Ich meine, scheiße sieht das. Finden Sie das nicht auch krass, wenn es einfach so endet? Und dieses nonverbale Storytelling, wo einfach nur die Musik die Emotionen sprechen lässt. Und diese Augen der Affen. Unfassbar, das ist das Ende des Films. Und Matt Reeves hat's gerockt. Der Film ist stark. Also, das ist ein ganz anderer Film als der erste. Und davor habe ich Respekt. Generell, diese Trilogie, das sind drei sehr unterschiedliche Filme mit drei sehr unterschiedlichen Thematiken. Die erste war Unterdrückung und Befreiung. Die zweite sind innere Konflikte. Der dritte ist was anderes. Darüber werde ich nächste Woche reden. Aber ich kann sagen, ich liebe alles. Ich liebe die Tatsachen, dass wir diese Affen noch weiterentwickelt haben. Dass wir weiter springen, die Dystopie. Dass wir eine Familiengeschichte erzählen. Eine Familientragödie erzählen. Dass wir einen der besten Bad Guys. des ganzen Franchises haben mit Cobra. Und das erneut nicht alles so schwarz und weiß ist. Ich meine, die Geschichte könnte locker Avatar sein. Oh, die Menschen haben es abgesehen auf eure Rohstoffe. Komm, wir holen da Curdles und machen alles platt. Das ist nicht der Fall. Das hätte man denken können. Ist es aber nicht. Der Film hat wesentlich, wesentlich mehrere Nuancen. Und das liebe ich daran. Und Caesar ist immer noch eine der coolsten Socken ever. Einer der coolsten Charaktere der letzten Jahre in der Popkultur. Ich bin Riesenfan. Ich war so happy, als ich den Film verlassen habe. Da habe ich so, ich will einen dritten. Ich hoffe, es gibt einen dritten. Ich wusste auch nie, ob noch ein Sequel kommt. Das war auch immer das Traurige. Und es hat immer drei Jahre gedauert. Aber wisst ihr was? Drei Jahre zu warten, um dann immer so einen Payoff zu haben, ist besser als jedes Jahr einen neuen Film zu kriegen. Und zu sagen, okay. Ich liebe Dawn of the Planet of the Apes. Es ist ein weiteres Meisterwerk. Ich sage es. Es ist ein Meisterwerk. Und Matt Reeves hat es absolut gerockt. Ich verstehe auch, wieso er nach diesen beiden Apes-Filmen, weil er hat ja noch die dritten gemacht, dass er den Gig bekommen hat, um Batman zu adaptieren. Weil er hat seinen sehr eigenen Stil. Und ich liebe wirklich alles daran. Das ist Charakter-driven Storytelling. Und das ist die Art von Storytelling, die ich persönlich am meisten liebe. Deswegen, ja, für mich auch hier. Beide fette Daumen nach oben. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Dawn of the Planet of the Apes? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.